I can't see me lovin' nobody but you for all my life When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life Hallo, Bus! Hallo! Was muss ich denn hier unbedingt gesehen haben in der Vulkanalpha? Mare. Ach, der Desplora von Mare ist Mare. Okay, verstehe. Okay. Und wenn es ein ganz kleines ist, so ein Pfütze zum Beispiel, ist das ein Märchen? Was ist das? Schlosserei Willi. Ich bin Pierre, wer sind Sie? Sind Sie Willi? Ja, ja. Man kennt Sie hier im Ort, habe ich gehört. Ja, ja, natürlich. Ja, so heiß ich nun mal, ja. Sie sind also ... Ich bin der, ja. Sie sind der Willi. Ach, das haben Sie alles gemacht hier? Ja, das ist mein sogenanntes Schaufenster hier. Dies ist jetzt für junge Männer, die den Frauen gerne in der Bluse gucken hier, ja. Und die nun jetzt bei den jungen Frauen gerne ein bisschen mehr sehen, da hebt man den Rock hoch, ja. Ist einsam manchmal auf der Eifel, ne? Ja, und hier sind dann so geschmiedete Hämmer aus dem Marzenerstahl, ja. Das soll da auch mal filmen, da. Ja, film das mal. Das sollst du auch mal filmen. Hammer das. So wie die, ja, ja, da unter dem Baum da Bänke und Tische. Mhm. Es ist ja auch schön, drunter zu sitzen, vielleicht auch eine Flasche Bier trinken oder sowas, nicht? Ja. Und viel erzählen. Oh ja. Und wenn dann die Autos da vorbeikommen, ja, und da ist manches von oben runter schön, manches viel zu sehen in die Autos, ja. Absolut, ja. Ja, ja. Sehr schön. Das hat man leerlich gemacht und das ist, äh, ist einer der, ähm. Ja. Das ist für die, für die Ecken, weißt du, dass man in die Ecken reinkommt schön, ja. Mhm. Wenn man damit jetzt in die Ecken will, dann muss man ja das ganze Ding, ist ja ein bisschen unpraktisch dann, nicht? Sehr große Ecken müssen das dann sein. Ist schon gut. Was ist das? Ein Brecheisen. Wen habt ihr mir hergebracht? Nee. Der Schlag darf bisschen fester sein, ja? Ja. Nicht, dass ich dich mit meiner 93-jährigen Oma vergleichen muss, die hätte bisschen fester im Schlag gehabt. So. Einmal noch. Okay. Ja, hau doch. Ja, hau doch, Mensch. Ja, nun weiter. Ja. So, du musst doch schmiedeln, los ran da. Ich spiel doch mal hier, so. Das hier. Ja, los ran, dran, schmiedeln, hau und verhauen. Also ihr werdet da in eurer Firma schlechter schocken, da muss ich was sagen, mein Lieber, du. Das ist der einzige Stock im Haus, der noch steht. Guck mal da. Willi, Willi, Willi. Das ist der einzige Stock im Haus, der noch steht. Das war, äh, da war ein Gag drin, ne? Man musste die alles so einfach hinnehmen, ja? Aber der steht konnte. Um es mal zu erklären. Genau. Okay. Toll. Wenn ihr noch Zeit hättet, wir wollen jetzt zum Museum runterfahren, aber die Zeit habt ihr nicht. Leider nicht, nee. Wir müssen noch auf den Bus. Ich bin ja mit dem Bus hier. Ich muss ja den Bus noch kriegen, weißt du? Ja. Was könnt ihr euch noch erzählen? Du, äh, wir haben, äh, auch gar keine Zeit, weil... Ich erzähle euch von der Kanone noch hier. Genau. Kann mal hier. Eigentlich wollten wir ja den Bus, äh... Ja. Schön. Okay, Willi. Ja. Es fällt uns schwer, uns Lust zu... Nein, 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 haut mal ab, ist klar. Ja. So, dann holen wir mal mein, mein, mein Apparat, Johnny, hier raus. Jetzt, mach mal, lass mal dein Apparat drin, Willi. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Ach so, ihr wollt mal abschieben. Nee, lass dein Apparat, wo er ist. Wir gehen. Ich geh schon mal vor. Bis gleich. Entschuldigung, da kann ich mich da... Das wär nett. Ich hab immer so Angst, dass ich hinfall. Weil jetzt kommt ein Kreisverkehr. Halt dich fest. Kommt ein Kreisverkehr. Musst du immer aufpassen bei Kreisverkehren. Weil da geht's einmal quasi in alle Kurven in Richtung. Jetzt geht's... Oh, Mist. Magenmäßig bin ich da nicht so stabil bei Kreisverkehr. Wenn du nicht so stabil bist... Vielen Dank.